willkommen zurück zu einer neuen runde wieder bei der mockman mit der doppelz hallo und ich mit meiner extravaganten kardio ohne nebel ohne tarnung ist gilt ohne tarnung ganz genau und habe dafür den torpedo reload mitgenommen ok zu sagen das kürzeste zeit sozusagen 20 torpedos ausjagen kann so gut ok ganz genau und auf geht bei 5,5 also da sollte ich gute reserve haben naja mal schauen und dann natürlich irgendeine komische halloween tarnung vom letzten jahr noch also sag ja extravagant ich hab mir jetzt mal die die dinge drauf geschmissen black tarnung so sagen wir hier so eine kleine fledermaus und hinter dir die mugami in der halloween tarnung guck mal die pw doch der bewegt sich wo gerade sagen wir wichtig nur im hafen aber ne ach so du meinst den kraken ist ja von dieses jahr locker ne ja ja dies jahr noch irgendwie für der so dann wollen wir mal gucken ob wir hier verzichten und ob wir da ein paar überraschen können natürlich kommt der kurfürst hier rum so jetzt weiß ich jetzt habe ich jetzt ja nicht geguckt was hier alles an schiff vorbei ist äh rochester ok so wollen akazuki kann doch nichts machen er hat abgebrannt so machen wir das mal in torpedor reload drin kann er nicht auf die mugami schießen ne ah die bremst ne ah doch jetzt ja was die bremst ach ich schieße ja auch mit he ach man ich muss hier weg ja mach mich hier auch weg hier kommt nämlich die gegnerische auch die machen hoch cb hallo ich möchte ein weg lenken weg lenken ich glaube ich bin am eimer ja er hat über kreuz geworfen konnte ich bin ein schrauben ach ach thank you hm oh der kurfürst ist ja keine flugabwehr hier nichts und ich war das erste ziel ja stimmt also naja ah ja um orientieren und ab angriff machen ja ja da muss ich halt nochmal eine runde fahren ja man kannst du ja im endeffekt auch die aufnahme stoppen weil ich habe meine aktuell am laufen noch mal sehen ob ach schmerz kann ich mal irgendwie zugehen jetzt das ist da definitiv zu viel hm ich glaube zwar nicht dass ich was treffe ah ne ah ne nix ruhe wirst lass mich in ruhe na den will ich so die 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 das die 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 Das war's. Geh raus, du Dreckschef. Ah ne, drei Brände muss ich dann doch mal... Ja, jetzt sollte man löschen, ja. Ah, die Bosch ist aus draußen. Geh mal weg hier. Setz hier schon mal auf die Tastatur. Cool. War ja zum Glück aus. So, jetzt können sie sich da hinsetzen, Digga. Oh. Enemy cruiser detected. Was das? Ah. Oh. 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 Oh, oh. 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 irgendein Grund geben in der FPS grad ziemlich runter 27 26 also ping ist bei mir okay der ist mit der mitte 30 doch noch eine ganz abnehmbare runde außer für mich wie sagt man immer man kann hier alles haben der flugzeugträger gleich auf endet abgesehen hat dann ist man so verkackt aber weißt du was der dude ist mit dem neuen update können sie nicht mehr über kreuz abwerfen ne funktioniert nicht mehr du hast ja bloß eine staffel und davon greifen drei flugzeuge an ach du meinst mit dem rework ach so ja das funktioniert ja nicht mehr weil da kommst du schwerer auf den punkten und auf den abschneiden und flugzeugträger kann flugzeugträger nicht mehr snacken das ist auch schön ok ja 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 ich bin letzter ja ja schön hm 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 ich bin seguinte 進去 ja 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 selber konstellation ja du rosse jejises löschen Nee, 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 nee. So. Jetzt ein Gegrisch. Ach, ich hab da seine dritten Flagge. Äh, Tarnung. So, Heiko und Heiko sind halt irgendwie alle drinnen. Schon mal gucken. Wird es drinne... Ihr seht das jetzt nicht, ne? Einfach weggucken. Ja. Wohin denn? Keine Ahnung. Einfach an der Kamera vorbeigucken. Ich zung mir auch gerade keine Zigarette an. Definitiv nicht. Mach ich nicht. Gut, alles klar. So geht's los. Alles klar. Meine einzige Sucht. Keine 9er, kein 10er. Und eine andere Karte. Ah, eine bessere Karte. Schön. Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Runde. Mit dem Mockmen. Hallo. Und meiner wenigstens. In der Kagero. Genau. Seht mal wieder ohne Tarnungsspieler. Sondern mit dem Torpedo Reload. Hm. Ja. So. Mal gucken. Mal gucken wo du platzen fährst. Ja. Also meine FPS sind deshalb so hoch. Ne Quatsch. Mein Ping. So hoch, weil ich hier ein Video hochladen tue. Mal gucken wo das wird. Hm. So, da haben wir hier. Hier haben wir die Lightning. Andere Seite haben wir die Akatsuki. Wo bleibe ich denn jetzt? Ich bin weder A oder D. Hm. Gute Frage. Keine Ahnung. Ich glaube ich fahr A, weil da irgendwie das offen heißt. Alles klar. Ja. Jetzt ist FPS sind bei mir jetzt auch wieder bei. Oh. Mitte 40. Hä? Kann man sie? Ja. Ich mag jetzt hier durch Aufnahme und dein Rechner ist auch stärker als meiner. Meinst du? Und du hast ja SSD und etc. Dein Rechner ist schneller. Deine Grafikkarte ist auch ein bisschen besser als meine. Ja. Ich hatte so der Grund warum bei mir immer ein Problem ist, manche andere Spiele dann doch aufzunehmen, die leistungshungrier sind. Ich weiß nicht, wenn ich dann eine neue Battlefield habe. Äh. Pfff. Schauen. Schauen. Ich hatte bei Battlefield 1 mal getestet. Ahm. 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 So. Support. Eine Alternative. Fällt mir gerade ein. Eine Alternative. Wenn deine Frau da am Husten ist, wäre auch wenn du in der Zeit irgendwie auf Push-to-Talk umstellst. Falls es zustörend werden sollte. Ja, die ist gerade ein bisschen. Erkältet. Hm. Wie hustet sich die Seele außenhalb. All stations reporting the position of a strategic target. So als auch nicht gegen das Team hat jetzt wieder auf der anderen Seite vor gekrümelt. Sieht gerade so aus. Ja, ne? Ach, Mensch, ey. Na, da ist noch eine Bayern. Die Algerie wird sich da irgendwo positionieren, wo du... Naja. Das ist schade. Also die Bayern dreht auch schon ab. Ich hab jetzt die kommt noch. Die wird auch bald abdrehen. Und bestimmt nach oben. So, Tipp haben wir schon mal geholt. Ich würd sagen, den dreh ich aber erstmal vielleicht um und guck drüben mit. Weil, was hier gerade rumfährt. Ja. Ja. Das stimmt. Naja, die Bayern dreht komplett nach oben hinweg. Hm. Ach, die fährt rückwärts. Ach Gott. Nö, die fährt schon vorwärts. Nö, die fährt schon vorwärts. Nö, hier, die Scharnhorst. Ich wollt grad nach links eindrehen, aber die fährt rückwärts. Jetzt gibt's wieder Gas. Junge, ich will hier. Ich, ich... Dann dre ich anders weg. Okay. Ja, komm, fahren wir hier vor. Was soll jetzt? Fahren wir weiter. Die Gegner werden dann schon wahrscheinlich, wenn sie merken, von hinten kommt was auf umdrehen. Töpitz, wo bist du? Da bist du. Töpitz kommt runtergefahren. Ach, jetzt hat sie weggedreht. Konzentriere Feuer auf dem Fehlwarschip. Ja, da kommt die Töpitz nicht mehr raus. Ah, okay. Die ist weg. Und tschüss. Ja, schon mal 60.000 Sack. Mhm. Ja, total beschissen. Ja, ich hätte sich die Ene selber sparen können. Da war ne Töpitz. Ja, ich habe das alles. Ja. Und ich habe die Gantle, weil das alles nachher sagst. wir kommen jetzt hier von hinten blöde ist ja weil die komische bayern auch da gut ich kann nicht mehr die jagato von uns fährt zurück schau mal dass sie die bayern irgendwie kriegen sie jetzt denn doch irgendwie schrecken dass wir hier von der seite kommen ansonsten fahr ich jetzt nämlich durch durch die enge hier durch und fangen die drüben ab weil da sind jedoch manche sehr weit außen wc ist jetzt aber drinnen bei uns also weg rüber fahren benson ist dann drin überlege gerade auch mitte durch oder ob dauer trifft und ist raus gut wir kommen mit ihr durch er hat verstanden ja ich hab noch überlegt ob nicht oder jahre kommen das mache ich einfach ich weiß nicht, was soll ich denn hier vorne alleine er fährt in richtung er ist immer komplett durch alles klar ich wende alle gut die links ist ja drauf müssen die nagato ich fahr jetzt hinterher ach so north carolina ne kommen wir nicht ach ne wann jetzt runde zu ende was nö weil wir sind erst mit das spiel abgeschmiert super das ist jetzt so doof ja das spiel ist mir abgeschmiert ja ja wenn wir ja ja was ich bin Lech wieder Das ist blöd. 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 Das ist blöd.